Hallo zusammen. Zur Adventszeit gehört natürlich auch eine gute Tasse Tee. Das ist meine, ich bleibe im Bett liegen und mache es mir gemütlich vor als Tee-Tasse, die ich mir jetzt mache. Ich wurde nämlich gestern geboostert und habe heute so ein bisschen mit Schüttelpost zu kämpfen. Aber keine Sorge, Laurin kommt vorbei und wird für euch was einsingen. Der kennt sich in meinem so ein Studium auch gut aus wie ich. Also, ja, Laurin wird euch gleich sagen, was er einsinkt. Ich habe noch keine Ahnung, und ich mache mir jetzt einen Tee. Ja, heute ungewohntes Bild. Ich darf heute Patrick vertreten und werde für euch mitten in der Nacht von Rolf Zukowski sehen. Viel Spaß! Da wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren. Da war mit einem Mal der Himmel nicht mehr fern. Da sang ein Engelschor, die Welt ist nicht verloren. Und über allem strahlte hell der Weihnachtsstern. Da wurde dir und mir ein neues Licht gegeben, das unsere Herzen immer neu erwärmen kann. Und wenn es dunkel wird für uns in diesem Leben, fängt es mit seiner ganzen Kraft zu leuchten an. Bist du erwachsen oder noch klein? Das dürfte heute Abend gar nicht wichtig sein. Sind wir nicht alle ein Menschenkind? Wann immer wir geboren sind, bist du ein Junge oder ein Mann? War jede Frau nicht auch ein Mädchen irgendwann? Was uns für immer zusammenhält? Das fühlen jetzt so viele Menschen auf der Welt. Da wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren. Da war mit einem Mal der Himmel nicht mehr fern. Da sang ein Engelschor, die Welt ist nicht verloren. Und über allem strahlte hell der Weihnachtsstern. Da wurde dir und mir ein neues Licht gegeben, das unsere Herzen immer neu erwärmen kann. Und wenn es dunkel wird für uns in diesem Leben, fängt es mit seiner ganzen Kraft zu leuchten an. Da sind wir nicht nur noch kurz, die Erde aus dem Leben, fängt es mit seiner ganzen Kraft zu leuchten an. Und über allem die ganze Kraft zu leuchten an. Vielen Dank.